Hallo, ich begrüße Dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit den elektrischen Größen, Spannung und Leistung. Die elektrischen Größen Stromstärke und Widerstand werden in einem zweiten Lernvideo erklärt. Die Infografik zeigt die zwölf wichtigsten Formeln elektrischer Größen. Beginnen wir nun mit der ersten elektrischen Größe, der Leistung p. So hat die Leistung p die Einheit Watt. So ist die physikalische Größe Leistung definiert als die in einer Zeitspanne umgesetzte Energie bezogen auf diese Zeitspanne. Ist diese bezogene oder gelieferte Energie eine elektrische Energie, so wird sie als elektrische Leistung bezeichnet. Bei Gleichstrom ist die elektrische Leistung p das Produkt der elektrischen Spannung u und der elektrischen Stromstärke i. Wenn sich der Verbraucher als ohmscher Widerstand r verhält, kann die Leistung durch Anwendung des ohmschen Gesetzes ausgedrückt werden. Das bedeutet, p ist gleich u mal i ist gleich r mal i Quadrat oder ist gleich u Quadrat dividiert durch r. Bei Wechselstrom hingegen sind Spannung und Stromstärke von der Zeit p abhängige Größen u und i. Hierbei gilt es folgende Leistungsbegriffe zu unterscheiden. der Augenblickwert p, der momentanen Leistung oder auch der Leistung und der Wirkleistung p, d.h. der tatsächlich umgesetzten Energie pro Zeitspanne. der Scheinleistung s als Anschlusswert oder Anschlussleistung und der Blindleistung q als unerwünschte und nicht nutzbare Energie pro Zeitspanne. Der Augenblickwert p ist sinusförmig, wenn u und i von gleicher Frequenz und sinusförmige Wechselgrößen sind, allerdings mit doppelter Frequenz und einem Gleichanteil. Über Mittelwertbildung werden die Größen s, p und q definiert. So ist das arthmetische Mittel der momentanen Leistung die Wirkleistung p. Aus den Objektivwerten u und i wird die Scheinleistung s gebildet. So ist bei Verbrauchern, die bei eingeprägter Spannung im Strom eine Phasenverschiebung oder Verzerrung hervorrufen, die Scheinleistung s größer als die Wirkleistung p. Durch die Gesamt-Blindleistung q wird der Unterschied angegeben. Messschaltungen und zugehörige Leistungsmesser werden in Blind- und Wirkleistung erläutert. Die Begriffe Bruttoleistung p-Brutto und Nettoleistung p-netto werden bei technischen Anlagen zur Stromerzeugung verwendet. So ist die Gesamt-Nennleistung der Generatoren p-Brutto. Und die dem Stromnetz zur Verfügung gestellte elektrische Leistung des Kraftwerks ist p-netto. Die Nettoleistung ist die Bruttoleistung abzüglich der Summe von den Hilfsaggregaten verbrauchten Leistungen und der Leistungsverluste durch Transformation beim Einspeisen in das Netz. Die zweite grundlegende physikalische Größe der Elektrotechnik ist die elektrische Spannung u. Die elektrische Spannung wird in der Einheit Volt angegeben. So verwendet man den kleinen Buchstaben u zur Kennzeichnung einer Zeitabhängigkeit für den Augenblickswert der Spannung. Die Spannung charakterisiert die Stärke einer Spannungsquelle. Wenn die Pole einer Batterie durch ein elektrisch leitfähiges Element verbunden werden, fließt Strom. Wie die Formel zeigt, ist die elektrische Stromstärke abhängig von der Größe der Spannung u und des elektrischen Widerstands r. So drückt die Spannung u die Fähigkeit aus, Ladung zu verschieben, damit durch den angeschlossenen Verbraucher Strom fließt und Arbeit w verrichtet werden kann. Spannung entsteht auf natürliche Weise erstens durch Reibung, zweitens durch Bildung von Gewittern, drittens durch Ionentransport durch eine Biomembran und viertens durch chemische Redoxreaktionen. Spannung für technische Nutzung wird durch elektromagnetische Induktion und durch Prozesse der Elektrochemie erzeugt. So wird die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten a und b in einem elektrischen Feld mit der Feldstärke e definiert als räumliches Linienintegral längs eines festgelegten Weges von Punkt a zu Punkt b. In dem Feld befindet sich eine Ladung q. Dabei wird die Ladung q als so klein angenommen, dass sie mit ihrem Feld das vorhandene Feld nicht verändert. Nun wird das Objekt mit der Ladung q von Punkt a nach Punkt b bewegt. Auf die Ladung q des Objekts wirkt eine Kraft. Dadurch wird bei der Bewegung eine Arbeit verrichtet. Mit der Arbeit, gleich Kraft mal Weg, gilt bei einer vom Ort abhängigen Kraft- und Bewegungsrichtung für die Arbeit. Aus der Definition der Spannung u ergibt sich die folgende gleichwertige Aussage. Wenn zwischen zwei Punkten a und b eine elektrische Spannung herrscht, ist immer ein elektrisches Feld vorhanden, das eine Kraft f auf die Ladungsträger q ausübt. Wenn sich die Punkte auf einem elektrisch leitfähigen Material befinden, bewirkt die Spannung u eine gerichtete Bewegung der Ladungsträger q, wodurch elektrischer Strom fließt. Ist die elektrische Stromstärke i proportional mit der elektrischen Spannung u verknüpft, erhält man mit dem Proportionalitätsfaktor r das Ohmsche Gesetz. Es lautet u gleich a mal i. Der Faktor r wird bei Gleich- und Wechselgrößen als Widerstand bezeichnet. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Die physikalische Größe Leistung p ist definiert als die in einer Zeitspanne umgesetzte Energie bezogen auf die Zeitspanne. Die Einheit ist Watt. Sie wird als elektrische Leistung bezeichnet, wenn die bezogene oder gelieferte Energie eine elektrische Energie ist. Die zweite wichtige physikalische Größe der Elektrotechnik ist die Spannung. So drückt die physikalische Größe Spannung die Fähigkeit aus, Ladungen zu verschieben, sodass durch den angeschlossenen Verbraucher ein Strom fließt und arbeitet verrichtet wird. Wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Physik-Playlist. All unsere Lernvideos findest du übersichtlich geordnet unter folgendem Link. Auch steht dir im Google Play Store unsere Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up.